So, heute mal ein bisschen PC-Bastelzeit und zwar eine, in die man eigentlich nicht kommen möchte. Das hier ist gerade der Inhalt einer meiner SD-Karten. SD-Karten kennt ihr ja, die schönen Speicherkarten, die überall in Kameras zum Beispiel zum Einsatz kommen. Problem an der hier, der eine oder andere wird es schon gefunden haben. Wenn ihr so einen Ordner seht, habt ihr meistens ein Problem. Die Found-Ordner werden nämlich üblicherweise angelegt, wenn das Windows-Tool ein Problem mit dem Dateisystem erkannt hat. In dem Fall war das Problem relativ klar. Jemand hat das Ding in eine Windows-Kiste gesteckt. Keine gute Idee. Theoretisch hätte man das noch relativ einfach beheben können, aber Windows hat alles zerstört und das ist jetzt gerade schlecht. Denn auf dem Ding hier sind halt noch Videos drauf, die ich gerne hätte. Also, gucken wir uns heute mal ein bisschen Data Recovery und so an. Und zwar Nummer eins, wie kann man Daten noch retten, wenn man so eine Speicherkarte hat, die Probleme hat. Und Nummer zwei, was ein bisschen spezieller ist, wie sieht es denn aus, wenn man Videos retten möchte. Denn das ist meistens noch mal ein bisschen komplizierter. In dem Fall hier bin ich mir relativ sicher, dass es ein Gerät war, was Probleme mit der Speicherkarte hatte auf Software-Seite und es kein Hardware-Fehler ist. Aber das macht nicht viel Unterschied. Generell gilt, sobald ihr merkt, dass irgendein Fehler aufgetreten ist, aufhören, die Karte zu benutzen, raus tun, aus dem Gerät hinlegen und dann erst mal nachdenken, was ihr tun wollt. Wenn auf der SD-Karte Daten sind, die wirklich unersetzlich sind und euch eine Menge wert sind, dann solltet ihr überlegen, ob ihr die Karte nicht direkt zu einem professionellen Datenretter gebt. Die kochen zwar auch nur mit Wasser, aber die haben halt ein bisschen Routine in den ganzen Sachen. Und dieses Problem ist halt, dass durch falsche Aktionen sehr schnell noch mehr Daten verloren gehen können, wenn ihr selber versucht, das zu reparieren. Ich habe kein Problem damit, hier eine Reparatur zu versuchen. Im schlimmsten Fall muss ich halt ein paar Videoclips noch mal neu drehen. Ist halt so, kommt vor. So, ich mache jetzt hier noch etwas, was ihr nicht tun solltet. Ich benutze nämlich die SD-Karte weiter, einfach um euch zu zeigen, was denn hier passiert ist. Nummer eins, die Videodatei hier, null Byte groß. Nope, die war definitiv größer. Und auch wenn wir hier in die CRM und den Ordner da von der Kamera gehen, wir haben diverse Dateien. Wir haben hier unten ein paar, die sind so 100 Megabyte, paar 100 Megabyte, paar Gigabyte groß. Die sind alle noch in Ordnung, die lassen sich auch einmal frei lesen. Aber hier oben die ganzen Dateien, die haben nur ein paar Kilobyte und da war definitiv mehr drin. Das sind also die Dateien, die offensichtlich da kaputt gegangen sind. Und wir können das auch hier einfach mal testen. Wenn ich hier sage, spiel das mal ab, naja, dann sagt mir irgendwie der Player, schön, was du da versuchst, aber da ist nichts, was ich spielen könnte. Und ja, das ist das, was wir jetzt ändern wollen. Und das erste, was wir machen sollten, ist ein Image. Also ein Abbild von dieser SD-Karte. Das hat zwei Vorteile. Vorteil Nummer eins, wir können Rettungsversuche auf dem Image durchführen oder eine Kopie von Image und die SD-Karte bleibt im Zustand, wie sie jetzt ist. Das heißt, wenn irgendwas schief läuft, haben wir immer noch da eine Ebene, auf die wir zurückfallen können und gegebenenfalls da immer noch Daten haben, wenn wir Blödsinn bauen. Und Nummer zwei, gerade wenn ein Hardwarefehler vorliegt, kann halt jeder Lesevorgang und Schreibvorgang da auch weitere Probleme verursachen. Das heißt, wir wollen da die IOs auf die Karte eigentlich eher reduzieren. Tools für so ein Image gibt es relativ viele. Ich benutze recht gerne DD Rescue. Das ist speziell für solche Sachen geeignet. Kommt eher aus dem Festplattensektor, klappt aber auch bei SD-Karten relativ gut. Da geben wir an, von was wir kopieren wollen. Bei mir ist es Device SDB. Im Zweifelsfall kann man es nachgucken, indem wir beim Mount einfach mal nachgucken. Wir haben hier zum Beispiel den Ordner, wo es gerade automatisch gemountet wurde. SDB1 ist dahinter. Das ist die erste Partition vom Gerät SDB und wir wollen das ganze Gerät kopieren, also SDB selber. Und was wir dann noch angeben müssen, ist, wohin das geht. Ich mache es hier auf die Festplatte einfach in den Ordner, wo ich gerade bin. Und ins SD-Karte.img. Da schreibt er das jetzt hin. Wichtig, aufpassen. SD-Karten sind ja heutzutage nicht mehr ganz so klein. Das heißt, im Zweifelsfall solltet ihr lieber was mehr Platz auf der Festplatte haben. Für den gesamten Recovery-Versuch eignet sich eigentlich so eine Platte, die sollte mindestens so zwei bis zweieinhalb mal die Größe von der SD-Karte noch frei haben. Wenn wir hier Enter drücken, sehen wir, er fängt jetzt hier fleißig an zu kopieren. Wir haben hier unten die Prozentzahl, wie viel er schon kopiert hat. Das ist auch einer der Unterschiede zum normalen DD, was man üblicherweise nutzt für Kopiervorgänge. Hier der hat halt noch einen schönen Guise-Gedönse mit Transferraten, mit der Runtime, mit einer Schätzung, wie lange es noch dauert, bis das alles kopiert ist. Und was der hier auch macht, der macht ein bisschen Logik. Das heißt also, wenn er auf einen Bereich stößt, den er nicht lesen kann, wo die SD-Karte Probleme macht, dann versucht er zum Beispiel einen ganzen Block zu überspringen, dann nochmal zu lesen, versucht von hinten zu lesen und versucht dann nach und nach einzugrenzen und so viele Daten wie möglich noch zu lesen und wirklich nur den Teil, der gar nicht mehr lesbar ist, dann auszusparen. Gerade wenn es dazu kommt, dass Blöcke nicht lesbar sind, also wirklich ein Hardwarefehler von der Karte vorliegt, dann stimmen hier die Zeiten definitiv nicht. Dann solltet ihr da sehr viel Zeit einrechnen, denn er muss halt immer den defekten Block ansteuern. Probieren kann ich nicht doch jetzt da an der Stelle lesen. Das dauert, bis das dann zum Beispiel eine Festplatte, gerade wenn ihr da dran seid, in Timeout läuft oder der Controller von der SD. Und wie gesagt, kann sehr viel Zeit im Anspruch nehmen, aber es ist eure beste Chance, da so viel wie möglich noch rauszuholen. Ich habe hier von der Karte schon Recovery gemacht, das heißt, ich breche das jetzt hier mal ab und zeige euch dann die nächsten Schritte. Nächste Waffe, das ist ein Tool, das nennt sich Photorec. Das befindet sich unter den meisten Systemen im Paket Testdisk. Photorec war ursprünglich, der Name verrät es ja, für das Recovern von Fotos, also SD-Karten aus Fotokameras, hat sich aber weiterentwickelt und kann inzwischen viele andere Dateien, also auch sowas wie Dokumente oder sowas. Von daher ein sehr mächtiges Tool. Wenn man das so aufruft, dann kann man hier eigentlich seine Geräte auswählen. Da könnte ich jetzt zum Beispiel direkt auf die SD-Karte zugreifen, aber wir wollen ja stattdessen mit dem Image arbeiten, deswegen machen wir das anders. Und zwar sagen wir Photorec und sagen dann hier SD-Karte.img in dem Fall. Wenn wir das auswählen, dann haben wir jetzt hier nicht mehr die Devices, sondern nur noch das Image verfügbar. Sehen die Größe nochmal. Hier natürlich ein bisschen kleiner, weil ich eben abgebrochen hatte. Wie gesagt, ich habe die Schritte schon woanders gemacht. Und was wir jetzt hier unten machen können, ist entsprechend Proceed, was vorausgewählt ist, einmal bestätigen. Das nächste ist dann, er gibt uns eine Liste der Partitionen und fragt, was wollen wir denn da machen. In dem Fall ist eine Partition hier drauf, eine NTFS-Partition meint er. Das wage ich zu bezweifeln, dass das NTFS ist. Alternativ können wir oben die komplette Disk scannen. Meistens ist es ausreichend, die Partition zu holen, wenn er sie richtig erkennt. Ich sehe jetzt hier nicht, dass er was da falsch erkannt hat, also passt schon. Unten haben wir noch ein paar Optionen, die wir machen können. Options relativ übersichtlich. Das einzige, was für uns wirklich relevant ist, möchten wir Dateien, die definitiv kaputt sind, behalten oder nicht. Das können wir hier umstellen. Der Rest ist eher uninteressant. Und unter FileOpts, da sehen wir die ganzen Dateitypen, die das Ding hier wieder herstellen kann. Also hier 7-Sip-Archive, irgendwelche Brushes, Apple-Gedönses, also das meiste, was ihr wollt, ist dabei. Auch sowas wie hier DOC und XLS und was auch immer. Wie ihr seht, ein paar sind nicht angehakt. Wenn ihr da was Spezielleres braucht, dann müsst ihr die nochmal speziell anhaken. Es sind aber eher exotische Sachen, die da drin stehen, die meisten Sachen, die ihr braucht. Die haben wir auch hier so. So. Wenn alles gewählt ist, können wir unten auf Search gehen. Damit starten wir das Recovery und müssen jetzt noch ein paar Fragen beantworten. Nummer eins. Was haben wir denn da für ein Dateisystem? Die Auswahl ist relativ überschaubar. Das obere ist für X2, X3, X4, also Linux Dateisysteme und das untere ist für alles andere, wie zum Beispiel FAT oder NTFS. Die Karte hier war in der Kamera, also mit sehr großer Wahrscheinlichkeit FAT. Aber ist also das, was wir wählen wollen. Und je nach Dateisystem habt ihr hier jetzt noch eine entsprechende Auswahl. In dem Fall Free oder Whole. Free heißt, er scannt nur die Bereiche, die angeblich keine Dateien enthalten. Das ist insbesondere dann interessant, wenn es um Dateien geht, die versehentlich gelöscht wurden oder ähnliches. Wenn es um Probleme mit dem Dateisystem geht, ist Whole meistens die bessere Variante. Dauert länger, aber die Wahrscheinlichkeit Dateien zu finden ist auch größer. Der letzte Schritt ist, wir müssen auswählen, wo wir die Dateien hinspeichern wollen, die wir recovern. Ich mache es jetzt hier einfach in den Ordner, wo ich gerade bin, wo ich auch die SD-Karte IMG abgelegt habe. Ansonsten ist das hier wie ein Dateibrowser mit Punkt, Punkt kommt ihr wieder ein Ordner hoch. Also dann wäre ich in Home Adlerweb und könnte dann einen passenden Ordner wählen. Zum Beispiel also auch eine externe Festplatte, wenn die interne nicht genug Platz hat. Wenn ihr in dem richtigen Ordner drin seid, wo ihr hinspeichern wollt, drückt ihr einmal C. Damit wird das Ganze bestätigt und dann fängt er hier an und fängt an, nach Dateien zu suchen. Wir sehen hier schon Estimated Time, Elapsed Time, was er gerade macht und nach und nach wird hier unten drunter auch aufgelistet, was er gefunden hat. Er hat jetzt zum Beispiel hier bei mir fünf Videodateien schon zumindest erkannt und der zählt jetzt nach und nach hoch. Das kann wie üblich relativ lange dauern. Also auch an der Stelle gilt, Zeit mitbringen ist keine schlechte Idee. Wenn er dann fertig ist, dann steht hier auch irgendwas von Recovery Complete und wir können hier unten sagen Quid und auch die Menüs hier jeweils dann mit Quid verlassen. Wenn wir jetzt in den Ordner mal reingucken, wohin wir das Recovery gemacht haben, haben wir zwei Sachen. Einmal die Image-Datei von eben und ein Recup underscore dia.1. Das kann auch durchaus sein, dass der weiter hoch zählt. Das kommt immer darauf an, wie das Recovery lief. Und darin finden wir meistens ein Report und ein paar Dateien, die er erkannt hat. Wie ihr feststellt, die haben keinen Dateinamen mehr. Das ist eigentlich relativ normal. Das System hier arbeitet halt damit, Blöcke zu finden, die irgendwie nach Dateien aussehen. Und das Dateisystem hat halt meistens keine Infos mehr dazu. Daher kommen diese Namen. So, ich wechsle mal gerade und zwar hier drauf. Das ist das, was er wirklich erkannt hat bei mir. Wenn wir uns das hier anschauen, dann haben wir tatsächlich hier ein bisschen mehr als eben. Wenn wir mal vergleichen, gerade kriege ich die nebeneinander im Moment. So ist das besser. Und wenn wir mal gucken, wir haben hier durchaus ein paar mehr Dateien, die eben nicht da waren. Die fehlen zwar jetzt plötzlich, aber und stattdessen, wenn wir mal alles über 100 Megabyte uns angucken, haben wir hier insgesamt 26 Dateien und hier haben wir halt nur neun Dateien gehabt. In vielen Fällen kann euch das schon den Hintern retten. Das Programm kann natürlich nicht hexen. Das heißt, es kann immer mal sein, dass zum Beispiel bei einem Bild mittendrin so ein Block fehlt oder sowas. Je nachdem, wie stark die SD-Karte noch genutzt wurde, nachdem der Fehler aufgetreten ist. Aber meistens hat man damit schon mal deutlich mehr als vorher. Man sieht aber auch, das Ding ist halt nicht unfehlbar. Die große Datei hier zum Beispiel, die war noch abspielbar, fehlt jetzt im Recovery. Das heißt, also die Dateien, die noch lesbar sind, sollte man per Hand auch noch rüber kopieren. Auch für kopieren oder prüfen, was überhaupt noch lesbar ist, gilt natürlich möglichst nicht von der SD-Karte machen, sondern besser das Image, was wir uns hier erstellt haben, benutzen. Normalerweise geht das über Loop-Mounts, aber das hier enthält ja die komplette SD-Karte, also auch Partitionen und so. Müssen wir ein bisschen rumtricksen. Und das geht per LO-Setup, minus großes P, kleines F und dann SD-Karte.img. Wenn wir das machen, dann hat er das jetzt hier entgegengenommen, den Befehl. Und üblicherweise solltet ihr jetzt unter DEV ein neues Gerät haben mit dem Namen Loop. In meinem Fall ist es Loop 0, was er benutzt hat. Am einfachsten zu erkennen anhand der Änderungszeiten. Und was wir auch dazu bekommen haben, ist Loop 0 P1. Das ist die erste Partition. Die können wir jetzt mounten. Müssen wir uns natürlich gerade einen Mount Point machen, ein Verzeichnis hier und können dann ganz regulär sagen, das bitte dahin. Geht natürlich nur, solange das Ding noch lesbar ist. Wie wir sehen, hier ist er jetzt sehr sauer, weil halt das Image nicht vollständig ist. Generell habt ihr danach aber, wenn das funktioniert hat, unter MNT eure ganzen Inhalte der SD-Karte und könnt die Daten dann entsprechend wegkopieren. Und wenn ihr fertig seid, müssen wir das Ganze noch detachen. Da sagen wir LO Setup minus D und dann, was wir detachen wollen, der Flug 0 in dem Fall hier. Und jetzt ist das Image auch wieder freigegeben und wir können es gegebenenfalls nachher dann löschen und ähnliches. Und ich habe die jetzt mal zusammen kopiert und wenn wir mal gucken, die könnten eventuell gleich sein. Das können wir vielleicht auch einfach mal testen. Das geht zum Beispiel, indem wir eine Prüfsumme einfach mal drüber bilden. Wir holen mal die P1150431 und wir meinten, die da drunter könnte dieselbe sein. Aber wenn wir hier gucken, zumindest der Datei Inhalt ist unterschiedlich. Also ja, da haben wir offensichtlich zwei unterschiedliche Dateien zumindest grob erwischt. Es kann sein, dass die Bilddaten da drin trotzdem gleich sind und nur irgendwie die Header unterschiedlich sind oder sowas. Aber wir sollten sie nicht von vornherein wegwerfen. Ich werde das hier jetzt noch für alle anderen, die doppelt erscheinen, einmal durchgehen. Nur um sicherzugehen, dass ich keine Duplikate habe, spart gleich ein bisschen Arbeit. Was ich dann machen werde, ist einfach mir die Dinger mal angucken. Die sind ja jetzt schon auf meiner Festplatte. Das heißt also, ich kann die einfach aufmachen, gucken, welches Video dahinter steckt, denen einen passenden Namen geben und ich gehe meistens hin und schiebe die dann nochmal in den separaten Unterordner, um da schon mal ein bisschen was hinzukriegen. Leider wird es aber auch sehr häufig so sein, gerade bei den recoverten Dateien, dass die sich nicht abspielen lassen. Das ist leider eine Eigenheit von diesen MOV-Dateien und MP4-Dateien. Die sind da nämlich ein bisschen ekelhaft. Fast alle Dateitypen, die haben einen sogenannten Header mit Metadaten. Das heißt also, wenn ihr zum Beispiel ein Bild habt, dann habt ihr üblicherweise am Anfang stehen, Hi, ich bin JPEG-Build, ich habe folgende Farbmodi, ich bin die und die Pixelgröße und solche Sachen. Bei Videos brauchen wir sowas ähnliches natürlich auch. Da steht dann drin, Hallo, ich habe eine Videospur, die hat folgenden Codec. Ich habe eine Audiospur, die ist so und so kodiert. Die Bitraten, die Größen, das muss natürlich alles auch da drin stehen. Problem bei MP4 und MOV, da ist dieser Header oder diese Metadaten üblicherweise am Ende der Datei. Und das hat den Nachteil, naja, wenn wir die Datei nicht 100% recovered bekommen, dann kommt es häufig vor, da wir von vorne nach hinten arbeiten, dass eher hinten was fehlt als vorne. Und naja, wenn hinten die Infos fehlen, dann können wir natürlich nicht abspielen die Dateien, weil wir haben keine Ahnung, wie sind denn überhaupt die Videodateien da drin, wie sind die Audiodateien da drin kodiert. Und ja, die Dateien sind dann erstmal prinzipiell Schrott. Ich zeige euch aber gleich, wie man da trotzdem noch ein bisschen was retten kann, denn glücklicherweise ein paar Tricks hat man da immer noch. Ich habe die Dateien schon mal hin und her kopiert. Das hier sind die, die funktioniert haben und Überraschung, das sind alle, die ich direkt runter kopiert habe. Ähm, ja, die, die ich nicht direkt kopiert habe, die also über Fotoreg gelaufen sind, die sind hier und lassen sich leider nicht abspielen. Das können wir uns auch auf der Konsole angucken, wenn wir hier mal FFmpeg nutzen, das ist so ein Standard-Video-Codierer für Linux und wir sagen hier, zeig mal, was du über die Datei sagen kannst, dann sagt er uns hier, ja, prinzipiell, das ist wohl eine MOV oder MP4-Datei, aber MOV Atom Not Found, das ist dieses Inhaltsverzeichnis, was ich eben erklärt habe. Er weiß also nicht, was wo in der Datei steht und entsprechend steht hier nicht mehr dabei. Okay, und das obwohl, wenn wir hier gucken, die Datei hat 1,6 GB, also da steht bestimmt noch irgendwas drin. Andererseits, wenn wir mal uns eine Datei holen, die noch funktionsfähig ist und sagen, zeig mal an, dann sehen wir hier auch genau dieselbe Zeile, MOV MP4, das erkennt er, sagt dann aber, okay, ich habe folgende Metadaten gefunden, wann wurde es erstellt, wie lang ist die Datei, wir haben einen Stream, der enthält Videodaten mit H64 kodiert, folgende Auflösung, folgende Framerate und wir haben noch einen zweiten Stream hier unten, das ist ein Audio-Stream mit AAC mit folgenden Codier-Einstellungen und ja, genau das wollten wir eigentlich für alle sehen, für beide Dateien. Aber wie wir gesehen haben, die erste ist so kaputt, dass er damit gar nichts anfangen kann. Glücklicherweise können wir an der Stelle ein bisschen tricksen, denn, naja, wo kommt denn das Video her? Aus meiner Kamera. Meine Kamera hat einen Prozessor und eine Programmierung. Die macht eigentlich immer das Identische. Das heißt also, wenn ich eine Datei habe, die mit denselben Einstellungen aufgenommen ist, also selbe Bildgröße, selbe Framerate, selbe Einstellungen, naja, dann wird die wahrscheinlich genauso aufgebaut sein, wie die Datei hier. Zumindest mal davon, wie die Dinger ineinander gemischt sind, welche Codecs zum Einsatz kommen und der ganze Kram. Hm, praktisch. Ich habe noch ein paar Dateien von meiner Kamera mit denselben Einstellungen, die sich noch abspielen lassen. Das heißt, wir können von dem Inhaltsverzeichnis von diesen Dateien ableiten, wie das hierfür aussehen müsste. Glücklicherweise kommt uns da ein Tool zur Hilfe. Das ist Untrunkate von Poncio. Das Ganze ist in der Lage, kaputte MP4, M4V, MOV und noch ein paar weitere Dateien wieder herzustellen. Vorausgesetzt, man hat noch ein ähnlich aufgebautes und nicht kaputtes Video. Das Ganze scheint dann auch recht aktiv gewartet zu werden. Wir sehen, der Code ist zwar schon etwas älter, fünf Jahre steht jetzt hier, aber letzten Monat kamen noch Patches rein. Das klingt immer ganz gut. Wenn ihr es benutzen wollt, es gibt prinzipiell erstmal eine Installationsanleitung für Ubuntu. Es gibt ein paar Hinweise für andere Betriebssysteme und Mac OS X gibt es auch. Am besten bedient sind die Leute, die Arch Linux nutzen. Da gibt es das Ganze im AOR. Kann man einfach installieren. Für Windows Nutzer, ich glaube, das sollte funktionieren, wenn ihr irgendwie das Ganze über Docker euch bastelt. Es wird auf jeden Fall irgendein Unix ähnliches Betriebssystem benötigt. Das kann natürlich auch für andere Linux Distros, die dann ein Problem haben, beim Kompilieren eine Idee sein. Ich habe es natürlich direkt unter Arch installiert und entsprechend können wir das hier direkt nutzen. Der Aufruf ist dabei relativ einfach. Wir sagen untrunk, eine Videodatei, die okay ist und eine Videodatei, die korrupt ist. Also zum Beispiel untrunk und nehmen dann hier eine, die wir hatten und die Datei, die wir eben benutzt haben. Und wir sehen jetzt hier, wie ihr die einzelnen Pakete da versucht, wieder sinnvoll zusammenzusetzen. Wenn wir gucken, er ist jetzt hier fertig geworden. Wir sehen jetzt hier, er hat das Ganze gespeichert als Dateiname underscore fixed.mp4. Und er hat zwei Sachen gefunden. Ein MP4A Audio Track, wie es aussieht, mit der Duration. Und er hat einen AVC1 Video Track gefunden mit der Duration. Passt nicht so ganz, also irgendwas stimmt da nicht so ganz, aber eventuell können wir es jetzt ja abspielen. Und wir können hier einfach mal drauf gucken, was FFM Packets dazu sagt, zu der Datei. Und ist schon mal mehr als eben. Er weiß tatsächlich jetzt, dass es ein H.264 ist. Er erkennt, dass es ein 4K Video Stream ist. Er erkennt, dass es 30 Frames pro Sekunde sind. Er erkennt auch den Audio Stream mit AAC Codec. Und der sagt, das Ding ist jetzt 2 Minuten und 23 lang. Gut, gucken wir mal drauf, was er dazu sagt. Ich habe das Ganze jetzt hier einfach mal mit dem Media Player aufgemacht. Auch der erkennt die Größe und die Audiospur. Fängt an zu dekodieren und tada, ich habe ein Bild. Also, die Videodatei ist zumindest mal so weit repariert, dass ich sie abspielen kann. Und nun, na so schlecht sieht es nicht aus. Ich glaube, wir hatten eben ja gesagt, wir hatten 9 Videos, die noch auf der SD Karte lesbar waren. Jetzt habe ich inzwischen 24 Elemente, die hier noch soweit okay sind. Das ist nicht hundertprozentig. Teilweise fehlt halt auch mal was, wenn wir uns das hier mal angucken. Dann konnte aber meistens zwar was reißen. Wenn wir hier gucken, die sind gleich groß, die sind gleich groß. Und wenn die Dateien gleich groß sind, die Standard und die Fix, dann ist die Wahrscheinlichkeit da, dass auch alles, was er recovern konnte, da drin ist. Es ist aber auch teilweise mal sowas dabei. Hier waren zwei Gigabyte und davon konnte er leider nur 600 Megabyte an Videodaten wiederherstellen. Da wird also bestimmt das Ende fehlen. Aber insgesamt, hey, ich kann mich jetzt nicht beschweren. Wir haben auf jeden Fall deutlich mehr Dateien jetzt, als wir vorher hatten. Die beste Lösung ist natürlich, wie immer Backups haben. Ja, ich weiß, ich bin selber schuld. Ich hätte die SD Karte erst backupen sollen, bevor ich sie in andere Kamera gesteckt habe. Meh. Es war dann mal wieder der Warnschuss. Das heißt, in nächster Zeit denke ich dann mal wieder dran, bis ich dann irgendwann wieder zu faul bin. Aber ich hoffe, ihr konntet zumindest sehen, dass man mit so ein bisschen Software durchaus noch was retten kann. Auch wenn man nicht das Geld bereit ist auszugeben für eine professionelle Datenrettung. Oder es einfach Daten sind, wo es jetzt nicht ganz so tragisch ist. Ich meine, wie gesagt, wenn es nicht funktioniert hätte, hätte ich halt die Sachen einfach nochmal gerade neu aufnehmen müssen. Das ist jetzt nicht ganz so tragisch. Und wenn ich dann zumindest noch eine Software habe, die mir eine Chance gibt, wo ich nicht viel machen muss. Ich meine, klar, es braucht viel Zeit, das Recovery. Aber ganz ehrlich, ich stecke den Kartenleser rein, sage, mach mal ein Image und komme ein paar Stunden später wieder. Und dann sage ich, mach mal Recovery. Dann komme ich ein paar Stunden später und dann sage ich, mach mal hier die Videos wieder ganz und komme ein paar Stunden später wieder. Das ist also zwar eine lange Zeit, die man warten muss, aber es ist jetzt nichts, wo man aktiv dabei sitzen muss. Man kann in der Zwischenzeit was Sinnvolles tun. So, ich habe jetzt jedenfalls meine Videos wieder großteils zurückbekommen, kann jetzt wieder ein bisschen weiter schneiden. Und beim nächsten Mal mache ich dann Backups, sodass auch meine Dateien weiter im Zugriff sind, wenn die SD-Karte mal wieder nicht ganz das tut, was sie soll. Man kann in der Zwischenzeit auch noch mal wieder gehen. Und beim nächsten Mal machen wir das wieder los. Das wird auch alles öffnet. Vielen Dank. Man kann in der Zwischenzeit auf